hallo und herzlich willkommen zurück zu der neuen folge konex mit dem rosa dem native bavarian hoi und dem kippen karacho tag wir hatten hier so geschrien moment moment ich muss jetzt eben was einwerfen hier schreibt jemand gerade in den chat hallo zusammen und jetzt captain karacho und auch der liebe native es dieser name ist bambi 2912 ok also also das nächste bambi was ihr tötet dann tötet ihr bambi 2912 dann wisst ihr beide bescheid hier ist ein bambi killing keine kleinen tiere umbringen grüße zurück an bambi grüße gehen raus jawohl hey captain warst du früher auch bei meyer ich habe ich habe es teilweise nachdem ich mitbekommen habe mir eingeguckt ich habe leider die lone wolf sachen mir noch nicht voll bei gezogen leider native 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 wenn du da rein gehst und die sandsturm maske aufziehen da ist giftiges gas drin und da kannst du dich nur mit der sandsturm das passt aber gar nicht so zu meinem outfit das ist doch nicht wahr das ist doch die fax das ist doch die fax so also ich bin zu 92 prozent voll ich weiß ja nicht wie es bei euch aussieht mit 78 ich würde gerne nach hause gehen ja dann sammelt der proxy jetzt noch ein bisschen schwefel ein passt dann auf mich auf und dann ist gut genau aber bitte nicht zu dem riesenvieh gehen was da irgendwo erst mal hinter mir denn erst mal hier den wolf erleben seid ihr denn ach so was für eine otze obacht ja genau ja der native hat ein sprachproblem bitte sieht uns nach bei dem war doch dahinten der große ist eine große eine hier knarzt oder knarzt da hinten komisch ich kann ich hier noch körper machen solltest du nicht das ist ab 18 aber der der proxy macht das ja für youtube und youtube ist nicht ab 18 ist nicht ab 18 weiß man doch du hast besucht ob sie ja ich hab's gerade gesehen so schnell kann ich gar nicht umschalten hier thank you was macht man eigentlich mit den kristallen die können wir zu salz machen beziehungsweise brauchen wir für archimistische rezepte die bekannte fbogen die bekannte genau was sagst du als ach so wegen wegen wegenع wütig meint der eisenfaust achso keylebera warte mal multi habe ich nicht drinnen direkt also brot ich füge ihn mal hier ein dann hab's ihnen drinnen dann hast du ist wie gesagt fast hättest du bei mir auch fragen können oder war ja youtube ja naja kann ich jetzt die blöde maske wieder abnehmen wenn du wenn der links auch einmal wenn man reingeht steht da giftiges gas ich habe das gesagt ich gar nicht drauf geachtet ne durch die sandstormmaske steht das nicht da aber ja da oben kann es ein steiner kurze sprachliche aussetzer kann ich doch trotzdem oder schneller mit dem reden als ich es gelesen habe und das passiert mir ab und zu machen ich habe jetzt 300 schwefel kommen ich schon mal nicht schlechter sind wir alle voll du kannst die maske auch gerne wieder abnehmen wenn du möchtest weil die passt überhaupt nicht jemand noch mal nach hause da war doch jetzt mal erfolgreich habe ich mich so die hause so schön gekämpft nach dem prozess welchen prozess haben die verloren habe ich da wieder was verloren nicht mitgekriegt was für ein prozess hast du schon wieder verloren ist doch nicht der brause ist ständig in irgendwelchen prozessen aber bei der schönen stimme kann halt keiner widerstehen ich habe ja letztes mal in den stream die frage gestellt gehabt wie man sich immer so die man hört ja die stimme und was für menschen man sich dahinter vorstellt ne ja und die happy music fan die hat er ganz schön erschreckend mich ziemlich genau beschrieben okay hager dünner großer schlanker blunder mittelbraun oder was ich habe eine nase im gesicht siehst du hast auch keine kontaktlinsen an ja wenn die wenn wenn wie gesagt ich kann den kanal von geno empfehlen der hat auch für follower macht er sein können sein seinen server besuchen hier sind wir falsch ich wollte gerade sagen müsste sich hier dass wir ja richtig sind hier ist ein großes wändchen also dieser für playstation 4 spieler kann ich euch den gesagt links rum oder es ist links und ja links ja und du bist da wird so lang ja warum weil da der durchgang ist guckt auch mal auf der karte wir kommen doch denn direkt ins grüne wenn wir die mauer hochkrabbeln oder was nein da gibt es auch im durchgang ich jetzt habe ich ihn verpasst also moment also beliebt und wenn die black sind bestimmt playstation 4 spieler wenn ich das richtig annehmen und eisenforst du bist doch pc spieler oder nicht oder ist silly philly auch pc spielerin oder spieler ich weiß das jetzt gerade nicht ich möchte mich auch wieder nicht vertreten mit dem okay ja danke silly philly danke 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 für den facepalm danke also mit mit geschlechtern habe ich hier sowieso nicht also ich bei mir war es auch schon der happy music fan und nicht die happy music fan bei dann j war es war habe ich auch gedacht ist ein mann okay wir sind nur wir müssen anscheinend noch ein weiter aber ist ja nicht schlimm prügeln können wir ja bambi xbox one xbox one weiß ich nicht ob da da habe ich leider kein nicht gerade keinen vorschlag der hier kann ich mich gar nicht erinnern ansonsten wie gesagt für psv spieler beim jenno 09 meldet ihr euch da auf dem kanal wenn das stimmt das stimmt doch fast es gibt sehr regelmäßig und auch sehr viel konan momentan komisch also ich jetzt schon längst weiter also du wolltest ja hierher ich habe gesagt okay die nächste rechts garland ja genau bin ich wie gesagt jenno 09 der lässt leute die ich weiß nicht ob das jetzt von follower abhängig ist aber ich sage immer ein volk tut kein weh und der jenno ist ein coole type nimmt nicht alles ernst was er versucht auch regelmäßig zwischen zwischen brause und jeden kalt zu treiben er kommt dann mal in mein chat und sagt dass der brause irgendwie das und das gemacht hat und mir etwas nicht abgeben will oder sonst was umgedreht sagt ja auch immer ach du der brause hat gesagt dass ich voll voll der klotz am bein bindung sagt auch wir hätten der karach und ich sind ein ehepaar okay nicht war also von städtler und rechts rechts proxy müsste immer den mit den hintern hin halten und so weiter klar okay also ich bin jetzt muss ich sagen also wenn ich mit euch jetzt die letzten paar tage wochen nicht hier durch bin da bin ich hier noch nie durch im norden weil ich habe jetzt die schleuse im besten im osten gemeint deswegen ja und ich habe hier siehst du wir sind im grünen ja das ist ersichtlich am fluss ende da war ich echt noch nicht gewesen jetzt hat man den namen im chat von siehst du mal fluss ende jetzt habe ich endlich mal noch mal kann ich sagen ich bin angezogen geister ein bär scheiße leute hier hallo macht das licht nicht aus ich sehe nix ich sehe nix und hallo also so also so heißt jetzt aber knapp ich habe gar nichts gesehen oh man meine brust hat sich gerade bewegt was stimmt mit dir nicht aber wir wollten eigentlich mit browser asmr machen richtig habe ich das noch richtig in erinnerung aber nicht mit brüsten ja hallo ich wollte gerade sagen soll ich mal ausschnitt zeigen und und brause flüstert und kratzt am mikroso jetzt wird es aber falsch also nochmal benni hat jetzt hat jetzt hat jetzt von jenno den namen damit er verscheid weiß den kanal aber ganz eindeutig bitte wenn du denn bei jenno auf dem kanal gehst sag einfach du kommst von den coolen brause und von dem coolen dann darfst du richtig sprüche an das jetzt im geräusch gibt es hätte keine ahnung irgendwas gibt es die druck im frühen morgen hier müssen darüber da ist aus außen so aber wenn man hat gesagt ich darf nicht lügen was ich kein bambi so da ist noch mal der multi stream zum karacho manche leute sind schon länger wach ja das stimmt glaube ich gerne da ist ein hirsch ist egal aber kurz doch mal den multi rein finden hirsch ist kein bambi hirsch ist kein bambi das heißt jetzt für proxy ich töte es oder was wieso für mich proxy für native ja guck guck den an er ist blutrünstig ja ich bin geflasht davon dass hier wieder leute gefolgt sind das ist immer wahnsinn ich habe wieder fehl geerntet schlafe überwertet ja das ist nicht ganz richtig hier steht hier steht hier steht warum steht denn der elch hier bescheuert im haus da war sie ein elch auf dem flur hast du noch ein elch mein träger dein träger ist ein elch ja wie mir proxy den kill klaut das ist ja unglaublich einmal sonst ist immer umgekehrt sonst ist immer umgekehrt ja wo ich doch hin lange wächst auch nichts mehr irgendwie halten wir mehr aus ich weiß nicht warum ab wenn es träger ich hoffe er überlebt das werde ihm liebe größe von er schicken liebe grüße von uns wenn ich sagte ein ferkel der war gut ich zeige euch diese brutalen szenen jetzt absichtlich nicht ihr hört es im hintergrund quietschen ohne hände die armen schweine einfach abschlachten aber wortwörtlich warte mal warte mal warte mal warte mal warte okay du hast du so ein steinwerkzeug ich kriege mit meinem anderen ding da mehr raus ja schlafen wir sind so spannend zu zweit wenn ich drück blühe auf mich macht warum war denn dieser hinschätselbebe blühe auf mich macht warum war denn dieser hinschätselbebe wie zu hause ne ja diese zweideutigkeit ne das ist ja göttlich zweideutig ist eindeutig besser wo seid ihr denn hin wo ist ein brause ja wo seid ihr denn ihr steht doch da unten ihr zwei schatten wo stehst du denn ne das ist ein baum das ist ein baum ihr sind falsch ich glaube wir sind falsch hier ist nur abgrund ja gehst du uns wenn ich euch sehen würde würde ich zu euch laufen also ich lauf Richtung Osten und ihr? über mir siehst du mein Licht? hast du admin tools über mir? das links das andere links das andere über dir wir sollten unbedingt an unserer kommunikation und navigation arbeiten nach da oben da oben wo leuchtet einer so native so und Proxy ist da oben auch oder was? ne ich bin Richtung Osten ach so Proxy ist natürlich wieder der Egoist und ist abgehauen ich bin Richtung Osten und ich sehe wieder Elch oh man nannte ihn Bondner er wollte immer Blut haben weiß zwar schon wieder nicht mehr wofür das Blut gut war totemerisches Zeug war ich ja für das tote Meer so was wie heiße ich diese Zungenbrecher kann ich nicht alle aussprechen ist mir auch egal ich muss mal gucken wie das heißt ich hab den noch nie ausgeschrieben gesehen das andere links hört man von mir aus ich griff das ja das ist alles nicht schlimm ich find's nur lustig es ist eben auf jeder Art es ist extrem cool zuzuhören was die Jungs da machen weil es hört sich gut wie griffen an aber auf der anderen Art habe ich keine Zeit für so zu schließen aber auf der anderen Art habe ich keine Zeit für so zu schließen aber auf der anderen Art habe ich keine Zeit für so zu schließen hau rein ne der Nähte fand ich hier schon gefordert wir sind der Nähte war schon kommen und wieder fällt also Eisenfaust also und unter 5 Stunden wird das heute wahrscheinlich auch nicht gehen hier der Stream das glaube ich auch nicht das muss noch was ja wir sind ausdauernd genau natürlich keine 9 Stunden bester warten den 10,5 hatte ich glaube ich auch schon gestreamt oder so wir könnten ja mal du läufst gegen den Felsenbrau sind bei mir wo ist Proxy 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 läuft bei mir gegen den Felsen ich finde das witzig hä ich glaube du verlierst die Connection kann das sein das könnte sein wer nicht so ja ja ich bin gerade ausgeflogen ok passenderweise beende ich dann jetzt mal gerade die Folge und sage tschüss bis zum nächsten Mal tschüss tschüss